Du bist aus dieser Gegend? Ja, du aber nicht. Verraten. Ich komme aus Seattle. Ich habe hier ein paar Wochen beruflich zu tun. Ich auch. Ob du mir deinen Namen verrätst? Bo. Bo Hansen. Bo? Bo Hansen? Also ein Zirkus-Clown. Nicht Bo Bo. Nur Bo. Mein Name, du Scherzkeks, ist Bo Hansen. Oh, wow. Du musst heute Morgen wohl auf der falschen Baustelle gewesen sein, Bo. Was du dringend benötigst, Bo, ist eine TFN zum Entspannen. TFN? Was zur Hölle ist TFN? Das heißt Tolle Fick Nummer. Du Wichser. Aha, also ein Nuttchen. Oh, hey, du Flegel. Ich bin eine Lady. Jeder Trottel würde das erkennen. Ich bin anständig. Was ich tue, ist, ich biete bestimmten Leuten meine Dienste zu wohltätigen Zwecken an. Ich bin eine Art Fürsorgerin. Und ich glaube, du könntest etwas Fürsorge gebrauchen. Irgendwas bedrückt dich doch, mein Liebling. Ja. Aber das ist ganz privat. Warum kommst du nicht mit zu Mama Mercedes und schüttest ihr dort dein Herz aus? Was meinst du dazu? Was meine ich dazu? Oh, komm schon, Bo. Zeig mir doch mal, wie du in riesige Betonklötze deinen tollen Hammer reinbohrst. Mercedes, ja? Hoffentlich bist du etwas preiswerter als ein Mercedes-Benz. Darüber werden wir uns einig. Ich hab da eine Sonderregelung. Für Bauarbeiter. Wie dich. Meinetwegen, überredet. Wasberty. Wobei. Du kannst nicht die Sonderregelung. Kom encuentろ? Vielen Dank.